So, hallo. Machen wir das 1er dazu und jetzt machen wir die Orgel mit dazu. Wie ist das zu laut? Nö, ne? Okay. Ja, meine Damen. Dann wollen wir mal die Intimfragen beantworten, schnell. Das Wetter ist schön und die Sonne scheint. Die Kinder spielen am Strand. Nur ich nicht. Ja, mach doch einfach weiter. Geheimnisse sind wichtig. Entschuldigung, ist hier die Modenschau. Deshalb habe ich auch nicht gerne, wenn man zu viel über mich weiß. Man muss nicht unbedingt gefilmt werden, wenn man einkaufen geht. Ich mag es, nach Richtlinien, nach strengsten Richtlinien zu musizieren und innerhalb dieser Grenzen auszubrechen. Aber immer wieder zurückzukommen, denn sonst kann ich ja nicht mehr ausbrechen. Was ist denn? So, können wir? Wann denn? Wann denn? Untertitelung des ZDF, 2020